Hallo und tags zu kommen, liebe lieben Gaming-HD-Freunde. Ja, dies ist ein kleines Einsatzvideo aus, ja, nicht aus mehreren Sichten, wie sage ich das jetzt so schön. Wir sind auf dem Rettungsdienst, Tommy und ich. Bei der Feuerwehr sind Tom und Leon, die Gebrüder Grimm. Und im Funkstreifenwagen ist der Teufels-Gamer. Moin. Ja, schön übersichtliches Team heute. Und, alles gut in deinem Rettungswagen? Ja, ich guck grad noch hier die ganzen Kästen durch, ob alles da ist. Okay. Ich mach hier vorne mal wieder dicht, der brauch ich ja nicht raus. Hast du Kaffee schon fertig? Jo, mach ich, warte, ich muss hier mal eben kurz reinkommen. Na gut. Christina Schulz. Tragehilfe für den, ja, für die Feuerwehr natürlich, ne? Tragehilfe. Aber wir können mal eben... Wunder mich, aber... Ich häng fest. Ja, und nimmst du das HLF mit? Oder das TLF? Ist doch bein. Okay, ich nehm, äh, MTV mit. Nein, äh, den hab ich schon, du. Ja, ich nehm DLK mit. Äh, DLK nicht, da haben wir kein Rettungs- äh, Rettungs... Nimm HLF mit, da haben wir Schaufvertreiber und sie drauf. Nein, NLF bist du auch was drauf. Ja, NLF ist total, oder? Irgendeins mit tragen. Ich glaub, wir sind ein bisschen zu weit gefahren. Wo ist ein Einsatzort? Mühlen Damm 6 ist da hinten in der Nähe des Heckenbrandes. Heckenbrand war doch hier vorne irgendwo. Heckenbrand war hier in der Nebenstraße, oder hier weiter durch. Moment. Fabian? Eins, zwei, drei, vier... Ah ja, stimmt. Ne, Mühlen Damm war diese doch. Nein, nein, nein. Ja, und kommst du? Was steht denn da vorne auf dem Schild? Welche Straße sind wir denn gerade? Mühlen Damm, weil letztens war Heckenbrand Wonders. Das war nicht hier. Warte, ein, zwei, drei, vier, vier... Ach, entschuldige. Hab vergessen. Hier vorne, der ist mit dem silbernen Zaun. Lauf, Mensch, lauf, lauf, stell dich hier vorne gleich hin, hinter mir. Das ist dieses Haus hier. Okay. Ach du Scheiße. Kann mich mal hier an den Deck ran? Komm, fahr weiter. Leitstelle für 12.83.1, kommen. Leitstelle hört. Ja, erste Lage-Meldung. NEF und RTW sind an Einsatzstelle eingetroffen. Ähm, ja, gehen jetzt rein, ähm, ähm, und ist schon Feuerwehr auf dem Weg. Wir brauchen dann gleich dringende Tragehilfe. Ja, das ist positiv. Oh. Ja. Ich hole nochmal in Defi. Jo, mach das. Wo nochmal eben hier, in einen Rucksack, sag, ein. Wo ist mein FOS-TW jetzt hin? Der steht da, wo die Fahrzeuge immer zurückgesetzt werden. Morgen. Moin. Ähm, wir haben da ein sehr winkliges Treppenhaus. Ähm, ich spät erstmal hier ein bisschen die Straße ab. Tommy, warum bleibst du mit dem Defi? Seh zu. Ja. Hier wird drastisch. Ach. Hier. Beubeeinsatzseitung von, äh, LF. Beubeeinsatzseitung von LF 12.21.1 kommen. Beubeeinsatzseitung, was? Ball, sollen wir hier von den Kräuten dicht an? Ja, gerade freundlich. So, so könnten wir dann jetzt mal schnell läute zur, der Mann, der geht es langsam immer schlechter. Ich möchte jetzt gehen, der geht es mit euren Leuten schnell rein. Angriff von einem Showtrupp immer, einmal bitte mit runter. Schnee. So, was ist am Worte draußen? Ja, ja, das, hier, kommt. Ihr, ihr schwert es ab und ihr geht auch noch mit rein. Könnte der mit den Trupps rein. Ja, wir lagern ihn jetzt auf die, aus Beinbord. Und ab, runter. Vorsichtig, ne? Langsam. Dann gleich ab in den RTW. Wassertrupp, holt schon mal die Trage vom RTW vor? Ja, genau. Trage herkommen. So, Vorsicht. Treppe sind wir gleich fertig. So, jetzt noch einmal die Kurve um die Tür. So, auf die Trage drauflegen und sofort im Rettungswagen, fahrt Tommi, fahrt den Rettungswagen vor. Ja. So, bis an die Straße schieben. Das ist der RTW, so. Stopp. Drauf reingeschoben, zack. So, hier. Einmal rein. No, das muss nicht mehr da so los. Ja. Habt ihr... Oh, wir gehen uns auch nicht schon? Ja, ja, alles, alles da. Fabian, geh mal rein. Fahr nochmal dann MTV weg. Einmal raus. Fabian, geh doch mal rein. Okay, schon. Geh mal durch die Tür. Leitstelle für 12.83.1 kommen. Polizei. Leitstelle hört. Ähm, ja, RTW ist Status 7. Sind jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus. Patient hat... Patientenzustand hat sich wieder leicht gebessert. Ähm... Gut geworden mit Sondersignalen zum Krankenhaus. Leif, wie macht dein Scheiß-Ton aus da? Ja. So. Wir fahren jetzt mal auf Wache. Und ich denke mal... Das war mal ein anderes Video. Ein bisschen anders. Wir hatten es schon mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Und... Vielen Dank an dich, Tommy. Für die gute Idee. Jo. Ciao. Ciao. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Tschüss.